Wo kannst du sehen, wie viele WhatsApp-Nachrichten du geschrieben hast? Einige Benutzer möchten möglicherweise ihre gesendeten und geschriebenen Nachrichten auf diese Weise kontrollieren. Tatsächlich verbraucht das Senden von Nachrichten ihr Internet und ihre Daten, auch wenn es klein ist. Und Benutzer möchten manchmal sehen, wie viele Nachrichten sie aus Gründen wie persönlichen Interessen gesendet haben. Rufen Sie dazu die WhatsApp-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie auf diese drei Punkte von oben. Klicken Sie auf die Einstellungsoption, um diesen Abschnitt für Sie zu öffnen. Klicken Sie auf diese Option. Klicken Sie hier auf Internetnutzung. Hier sehen Sie alle Informationen zur Internetnutzung seit der Erstellung Ihres Kontos. Beispielsweise die von Ihnen gesendeten Medien. In diesem Abschnitt können Sie die Anzahl der von Ihnen gesendeten Nachrichten sehen. Beispielsweise habe ich hier seit Erstellung des Kontos 43 Nachrichten verschickt und diese Datenmenge auch verbraucht. Und andere Arten von Informationen, die Sie verwenden können, um die Internetnutzung zu steuern und zu optimieren. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Vielen Dank! Vielen Dank!